Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit & Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich sage Dankeschön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu diesem Lebenskraft-Podcast. Der ist für dich da und der soll dir ganz viel Energie und Kraft spenden. Und heute ist mal wieder Zeit für ein Healthy Shot für einen kurzen, knackigen Impuls. Und heute geht es um Zitronenwasser, das Gesundwunder. Ja, es gibt ganz viele Menschen, die mich schon so oft danach gefragt haben, sag mal Kerstin, trinkst du morgens Zitronenwasser oder Wasser mit Apfelessig? Es gibt ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Und ich habe schon eine ganze Menge Menschen kennengelernt, die sich morgens eben ganz viele saure Dinge gönnen, bevor sie eben frühstücken oder bevor sie aus dem Haus gehen. Und das bekannteste ist mit Sicherheit ein großes Glas Wasser mit Zitrone. Und die Frage, die mir ganz viele Menschen gestellt haben, ist, bringt das was, Kerstin? Und kann denn wirklich die Zitrone etwas? Ja, die kann was. Und da möchte ich heute mal drauf eingehen und ich habe dir ein paar Punkte mitgebracht. Wenn du jetzt somatisch sagst, um Gottes Willen, das geht gar nicht, weil du dich davor ekelst und du schüttelst dich und du hast vielleicht eine ordentliche Histaminproblematik. Also extrem histaminempfindliche Menschen, die können morgens auch kein Apfelessig und keinen Zitronensaft trinken. Das musst du auch nicht. Aber wenn du dich unterstützen möchtest und du möchtest was Gutes für dich tun, dann darfst du gerne das ganz besondere Zitronenwasser, das gesunde Wunder, morgens zu dir nehmen. Und obwohl die Zitrone sauer ist, ist sie alkalisch. Also auf gut Deutsch, die ist basisch. Und das bedeutet, das ist gut für deinen Säure-Basen-Haushalt. Und weil sehr viele Menschen ohnehin übersäuert sind, macht es total viel Sinn, wenn du morgens dein Zitronenwasser eine halbe Stunde vom Frühstück zu dir nimmst. Am Ende vom Podcast erzähle ich dir auch noch, wie viel Zitrone du tatsächlich nehmen musst. Das machen nämlich auch ganz viele Menschen falsch. Was die Zitrone auch hat, was die wenigsten Menschen wissen, die enthält Ballaststoffe. Ja, da ist nämlich Pektin drin. Und Pektin ist ein ganz besonderer Ballaststoff. Und dein Darm liebt Ballaststoffe. Also wenn du morgens so ein Zitronenwässerchen trinkst, dann wird eben nicht nur durch die Flüssigkeit, sondern eben auch durch das Pektin deine Darmperistraltik angeregt. Auf gut Deutsch, du kannst besser aufs Klöchen gehen. Und das funktioniert wunderbar. Und die Ayurveden, die wissen ja bekanntlich sehr viel. Ist ja schon sehr alt, das Ayurveda. 4.000 bis 5.000 Jahre, sagt man. Und die benutzen Zitronenwasser eben auch schon ganz lange. Und warum? Zumindest steht es so in der Bibel des Ayurveda. Die Flavonoide, das sind quasi die besonderen sekundären Pflanzenschutzstoffe. Die hat eben auch die Zitrone. Und diese Flavonoide, die können richtig viel. Und die können nicht nur deinen Blutfettwert senken, sondern die Flavonoide sind besonders effizient, gerade für dein Herz und gegen Krebszellen. Auf gut Deutsch, das beugt ein Herzinfarkt und Krebs vor. Ist also eine präventive Gesundheitsmaßnahme. Und dein Herz liebt eben auch gerne das Mineral Kalium. Und da ist auch eine Menge im Zitronensaft drin. Also Zitronenwasser ist eben auch gut gegen Blutfettwerte oder erhöhte Blutfettwerte und vor allen Dingen eben auch gut für dein Herz. Und die antibakterielle Wirkung von Zitronenwasser unterstützt auch dein Lymphsystem. Da haben also Keime und Schadstoffe quasi weniger Grundlage, um sich bei dir einzunisten. Und vor allen Dingen, dadurch, dass dein Lymphsystem unterstützt wird, werden die eben auch gut rausgeschwemmt. Ja, das ist doch eine schöne Geschichte, oder? Das heißt, dein Lymphsystem, das sieht ja aus wie so winzige Mini-Kläranlagen, das arbeitet einfach effizienter, hat man herausgefunden, wenn du morgens dein Zitronenwasser tränkst. Und ein Mittel gegen Kopfschmerzen. Jetzt bin ich eher ein Bauchtyp, kein Kopftyp. Es gibt ja den Kopf und den Bauchtyp. Der eine kriegt eher Bauchweh, der andere eher Kopfweh und ich bin eher der Bauchtyp. Aber die Kopfschmerzmenschen, wenn die das mal ausprobieren, könnt ihr mir auch gerne schreiben, ob das wirklich funktioniert hat. Da sagt man ein Espresso. Natürlich ohne Zucker, ist klar. Und Wasser mit Zitrone sollen gegen Kopfschmerzen helfen. Warum das so ist, habe ich im Zuge, in der Recherche für diesen Podcast zumindest physiologisch nicht rausgefunden. Aber man sagt, es soll die körpereigene Schmerzhemmung quasi unterstützen. Und das Koffein soll auch die Bildung von einem Enzym verhindern, das für die Schmerzübertragung verantwortlich ist. Gut, mich hätte es natürlich tierisch interessiert, welches Enzym ist das? Und vor allen Dingen, was steckt da physiologisch dahinter? Aber vielleicht, wenn du es schon ausprobiert hast, dann schreib mir doch mal. Würde mich riesig freuen, ob wirklich, ja, Zitronensaft und ein Espresso gegen Kopfschmerzen wirkt. Aber das keine Nebenwirkungen hat, kannst du es auch gerne mal ausprobieren. Was ich sicher weiß, weil ich es schon ausprobiert habe und eben auch schon eine ganze Menge an Kunden hatte, die eben auch Nierensteine hatten. Zitronensaft morgens in einem großen Glas Wasser hilft eben auch deinen Nieren. Und zwar, um diese, ja, Nierensteine aufzulösen. Gut, da brauchst du noch ein paar andere Mittelchen dafür. Da gibt es eben eine tolle Kräutermischung. Aber ich kombiniere das immer gerne mit dieser Kräutermischung in Form von einem Tee, das die Leute trinken müssen. Und der hat echt in sich. Und natürlich dann am Morgen das Zitronenwasser. Denn das liefert eine Menge an Nitraten, also gesunden Nitraten. Und das kann eben die Nierensteine auflösen und eben auch vorbeugen. Also auch wunderbar für deine Nieren. Und damit du nicht dehydrierst, also sprich zu wenig Flüssigkeit in deinem Körper hast, brauchst du eben auch eine Hydrisierung, um es mal umgangssprachlich zu sagen. Also Zitronenwasser hydriert und mineralisiert eben auch deinen Körper. Also es gibt hier Flüssigkeit und vor allen Dingen eben auch ganz wichtige Mineralien. Warum? Weil in der Zitrone eben auch Kalium und Magnesium enthalten ist und auch etwas Calcium, etwas Eisen und ein klein wenig Vitamin A. Also ein Leckerchen am Morgen Zitronenwasser gibt dir eben auch viele Mineralien und hydriertig, also auf gut Deutsch, spendet dir ordentlich Flüssigkeit, weil durch diese Mineralien geht es schneller in die Zellen. Und vielleicht kennst du ja den Spruch sauer macht lustig. Und was man herausgefunden hat, ist wohl, dass ein Teil von diesem Zitronenwasser dein Gehirn beeinflusst und sorgt für gute Laune. Ob das stimmt, weiß ich jetzt auch nicht, aber man sagt es so und man kann es ja mal aufprobieren. Vielleicht trinkst du schon jeden Morgen Zitronenwasser und kannst mir auch mal schreiben und kannst sagen, hey Kerstin, seitdem habe ich viel, viel bessere Laune. Also was ganz sicher funktioniert ist und das weiß ich aus eigener Erfahrung, die Zitrone ist basisch und sorgt für einen wunderbaren, guten Säure-Base-Haushalt. Die Zitrone hilft deinem Darm wegen dem Pektin. Die Zitrone hat eine Menge an Flavonoiden und das sind tolle Pflanzenschutzstoffe eben für deinen wunderbaren Körper. Das Kalium darin ist gut für dein Herz und dass die Zitrone das Lymphsystem unterstützt, ist auch erwiesen. Zitronen reinigen deine Nieren und sorgen dafür, dass du viele, viele Mineralien bekommst. Ob es geben Kopfschmerzen hilft und ob die Zitrone morgens lustig macht, das muss man vielleicht mal ausprobieren. Ja und wie viel darfst du denn jetzt davon nehmen? Und das ist jetzt die Champions League, denn da sind sich wohl auch alle einig, die die ganze Nummer untersucht haben. Morgens einen halben Liter, ja du hast richtig gehört. Lauwarmes Wasser mit einer halben Zitrone und das darfst du auspressen und 30 Minuten vor dem Frühstück trinken. Und Achtung, wenn du jetzt über 80 Kilogramm wiegst, dann darfst du eine ganze Zitrone auspressen. Ja, dann macht Sauer vielleicht dann doch lustig, weil das ist schon eine ganze, ganze Menge. Also vielleicht schreibst du mir mal bei Instagram oder in den sozialen Medien, wie dir das gefallen hat und vor allen Dingen eben auch, ob du es ausprobiert hast. Zitronenwasser ist ein gesund Wunder und kann wirklich etwas. Und wenn du das morgens in deinen Alltag integrierst, in deine gesunde Morgenroutine, dann tust du auf jeden Fall was für deinen wunderbaren Körper und unterstützt ihn, um noch mehr in die Balance zu kommen. Ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen. Teile ihn gerne an ganz viele Menschen, die zu wenig trinken und zu übersäuert sind und die gerne ganz, ganz leicht etwas für ihren Körper tun wollen. Dann können die mit Zitronenwasser am Morgen schon mal anfangen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß in der Umsetzung von Herzen. Nur das Allerbeste für dich, deine Kerstin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.